Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren der stärkste Yu-Gi-Oh! Drache in der Yu-Gi-Tubing-World. Wir beschäftigen uns heute mit dem Schwarzen-Rosen-Drachen. Den haben sich auch sehr, sehr viele gewünscht. Er ist von Typ Feuer, hat 2400 ADK und eine Defense von 1800. Man braucht natürlich, wie es für einen Synchro üblich ist, ein Empfängermonster und ein oder mehr Nicht-Empfängermonster, um es zu beschwören. Und der Effekt bedeutet, wenn diese als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst alle Karten auf dem Spielfeld zerstören. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster vom Typ Pflanze von deinem Friedhof verbannen, um ein Monster in Verteidigungsposition zu wählen, das dein Gegner kontrolliert. Ändere das gewählte Ziel in die offene Angriffsposition und reduziere seine ATK bis zu Endphase auf 0. Das heißt natürlich, wenn man den ersten Effekt aktiviert, dann ist auch dieser Rosendrache leider wieder auf dem Friedhof. Aber es ist natürlich vom Effekt sehr, sehr schön. Ich werde auch nochmal ein OTK-Deck zu diesem Drachen hochladen, beziehungsweise vielleicht ist es ja schon hochgeladen, wer weiß. Das ist auf jeden Fall der Schwarze Rosendrache. Rated für eure Drachen, die ihr am stärksten findet. Wir sind auf der Suche. Das hier ist die aktuelle Liste. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.